So, damit hallo Leute, hier ist euer Gartholk, ich bin heute nicht alleine, wir spielen Hammerwatch, zusammen mit Swanshu, Screaming Mikey G und Jake Rico. Hey, hi, halloa. So, kurze Information, das hier ist bereits die zweite Aufnahme, ich habe die erste total verkackt und mit total verkackt meine ich den kompletten ersten Part verkackt. Auf den Kanälen der anderen werde ich auch nochmal verlinken, könnt ihr das erste Video, das wir bereits zu dem Spiel aufgenommen haben, also dieses Level hier, sehen. Ich, ja, allerdings müssen wir den ersten Part sowieso nochmal neu spielen, da es nämlich so ist, dass wir das Spiel nicht zwischendrin abspeichern können, das heißt wir werden das Spiel auch heute komplett durchzocken. Ja, man. Da habe ich auch schon richtig Bock drauf, weil das Spiel macht nämlich mega Spaß. Das stimmt. Tut aber noch eine Zeit ein bisschen weh im Finger. Ja. Und deswegen spiele ich mit Gamepad, ha. Ich auch. So, hier ist schon eine der Grundmechaniken des Spiels, geheime Gänge, die findet man hier überall in der Gegend. Und die stehen hier halt rum. Äh, ganz kurz, ähm, wie man vielleicht unten an den Charakterbildern noch schon erkennen kann, äh, ich spiele den Wizard, also den Zauberer, das ist der mit dem blauen Umhang, wo sich jetzt in der Mitte immer wieder dreht. Wuii! Äh, Sven spielt den, ähm, ja, den Mage, den, ich weiß gar nicht, wie heißt der? Warlock. Warlock, genau. Äh, Warlock, ja. Äh, der hat einen vergifteten Angriff und so einen Energieball. Screaming Mikey spielt, äh, den Archer, der kann Bomben legen und Pfeile schießen, das ist so ein Bomberman. Genau. Bomberman! Ja, und Jake spielt den Paladin, das ist halt der, der ihn aus Fressbrett kriegt. Yay! Aber diesmal hab ich auch nicht das Problem mit dem Leben, ich kann einfach reinchargen und sterben, weil wir haben in der letzten Aufnahme gemerkt, dass das ein bisschen schwierig ist. Äh, wir haben, wir haben übrigens Infinitive Live eingeschaltet, weil wir am Ende des letzten Parts hatten wir irgendwie keine Leben mehr oder so. Oh ja. Ja, wir hätten es sogar fast geschafft, in der ersten 30 Minuten Game Over zu gehen. Ja. Ja, das wäre nicht so gut gekommen, deshalb... Ein kurzes Vergnügen ansonsten. Das kann man zum Glück bei dem Spiel einschalten, das ist ganz praktisch. Nur halt mit dem Speichern ist ein bisschen blöd. Ja, ich hab übrigens auch hier so einen Flammenwerferangriff. Der kostet halt Mana, wie Klopp. Die Münzen hier, die bringen für die Händler später Geld, also, äh, Vergünstigung, so. Das sind Rabattmarken wie bei Penny oder so. Also ja, wir haben eine Karte, das ist ganz wichtig zu wissen. Und, äh, wir haben jeder, also, es ist egal, wer von uns das Geld einsammelt, da jeder das Geld dann im Endeffekt bekommt. Jupp, das ist auch ganz praktisch und auch nur fair, aber wir haben schon getrennte Konten. Das heißt, wenn ich jetzt ausgegne, hab ich nur mein Geld verloren. Genau, eine super Funktion in dem Fall. Ja. Da gibt's dann kein Streit um Geld. Ah, Geld! Weil sonst würde, glaub ich, der Paladin am meisten bekommen, weil der einfach immer vorne steht. Ach ja, immer auf die Paladine. Ja. Die sind immer so geldgeil. Wer kennt nicht die geldgeilen Paladine? Wer kennt sie nicht? Wer kennt sie nicht? Äh, wo soll sie da Waller kennen? Ach, da oben. Ich, äh, wenn hier oben gehört, wo? Ach so. Na gut. Ist doch reingelaufen. Übrigens, diese Geschenke, keine Ahnung, was die können. Das weiß keiner, das ist der Hammer. Das ist ein Mythos, den nicht wahrscheinlich mal die Programmierer wissen, was das bringt. Und hier kann man sehen, hier sind solche Augen, da kann man einfach durchlaufen. Und dann kriegt man hier... Oh Gott, wir sind ganz alleine. Ja, oh, oh, oh. Ja, da bekommt man diese Strange Wooden Planks. Äh, was die machen, verraten wir jetzt noch nicht. Das werdet ihr am Ende sehen. Und ich weiß das noch nicht mal. Das weiß ich auch noch gar nicht. Das ist doch gut so. Ja. Das heißt, wir haben den ersten Part gespielt und ich weiß immer noch nicht, wofür diese Planken da sind. Hm. Ja, die braucht man nämlich am Ende, um sie sich über den Kopf zu hauen. Ganz einfach. Ach so. Dafür sind die gut. Genau, Spimmungszwergenheimer. Ja, der sagt nur Dinge. Ja. Dinge. Au. Au, au. Wir vergehen. Ja. Ja, diese kommt... Mach doch sowas nicht, ey. Äh, wieder kein Schlüssel. Aber ich habe noch zwei Lebensenergie, das ist super. Gott, da will ich nicht hin. Da drüben, das wäre ein Händler, wo jetzt gerade Jake rumsteht. Der kann verkaufen. Händler! So, und ich habe mir jetzt die Kombo gekauft und hole mir dann Kombo-Healing und dann kann ich mich heilen. Ja. Was ziemlich praktisch ist, weil ich dauernd sterbe. Hat gar nicht den Äpfel vorbeigerandet, oder hat die schon jemanden eingesammelt? Äh, die hat, glaube ich, schon jemanden eingesammelt. Habe ich hier sind Äpfel. Boah, Äpfel. So. Mani, 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 mani. Ey, willst du mich töten, oder was? Jo. Du-di-du-di-du. Kombo-Teil. Kombo-Nova. Rache ist süß. Keine Ahnung. Ah, das macht jetzt schon wieder total Bock, ey, ohne Scheiß. Haben wir nicht mal viel gesehen. Komm endlich, Mann, mach hin! Ich bin ja schon, los geht's. Ah, die haben einen Schlüssel dabei? Wir haben geteilte Schlüssel, also haben wir alle Schlüssel dabei. Und wie es sich für... Oh, ne, das sind mir zu viele Lauf. Und wie es sich für einen guten Dungeon-Crawler... Ja, und trotzdem rennst du mitten rein. Und wie es sich für einen guten Dungeon-Crawler gehört, nachdem wir einen Schlüssel verwendet haben, schmeißen wir ihn einfach weg. Ja. Das gehört sich so... Und wozu auch? Ja, das sind doch alte Türen, also die bleiben immer darin stecken, die Schlüssel. Achso. In Wänden, wollen wir sagen. Das sind ja so Wände und keine Türen. Ja. Wahrscheinlich deshalb. Wahrscheinlich nimmt man die Schlüssel und haut einfach drauf. Die Schlüssel sind wirklich so groß wie die Charaktere. Ich kann noch mal einen Schlüssel. Weil der Schlüssel nämlich härter ist. Genau, nein, 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 ich sterbe nicht. Wir schießen die Türen einfach auf. Ja. Oh ja, so muss das sein. Die einzig wahre Methode, um Türen zu öffnen. Macht ihr das daheim nicht, oder was? Ich schieß die alle auf bei mir. Ja. Kaufst dann jedes Mal einen neuen. Oh, nein, Punkt. Yeah. Das hat dir dein Schlüsseldienst so gesagt. Ja, schon. Gott, David, wo seid ihr denn schon wieder? Also, ich sterbe gerade. Wir laufen hier oben. Wir sterben beide gerade. Ja, das stimmt. Das ist das Schlimme am Wizard. Der hat so ewig wenig Lebensenergie. Genau wie der Warlock. Ich habe zwar viel, also am meisten Lebensenergie, aber trotzdem. Ich bin eigentlich trotzdem. Ja, ich habe halt einen Fernkampfangriff. Und du musst immer auf meinen Mana warten. Ich habe halt einen Fernkampfangriff, das ist ganz gut. Aber ich habe halt... Das ist auch mein stärkster Angriff. Ja, das ist auch der Sinn, der Warlock, glaube ich. Der zaubert. Aber dann muss ich immer auf meinen Mana warten. Oder auf die Combo, ja, das ist gut. Diese Combo entsteht, wenn man zehn Gegner gleichzeitig. Eeeh. Button Mashing, ah. Ah, wo ist das schon wieder? Ihr seid so schnell heute, was ist denn da los? Tja. Warte, ich komme. Äh. Äh. Das war nötig. Was soll das? Oh, Mana. Ich liebe Mana. Ja, ein Leben. Hey. Jetzt haben wir unendlich und eins. Ja, das ist wichtig. Oh, Moment, ist das ein... Oh, geil, cool. Oh, Lebensenergie, oh, nom, nom, nom. Ich glaube, ich werde dieses Mal hier keinen neuen Leben Pool kaufen, sondern die Combo nachher upgraden. Das kannst du tun. Aber ich habe endlich 40 Lebensenergie. Ich bin zum Beispiel immer noch der mit wenigstens Lebensenergie, aber... Immer diese Bomben, ne? Wer tut brennende Bomben in Basen? Und warum explodieren die erst, wenn wir sie rausholen? Äh. Das sind wie Bombenfässer. So entstehen halt Bombenfässer. Ja, das ist das große Mysterium. Die kommen, die Bomben, ins Fass. Oh, leck. Angriff. Hier ist übrigens Lebensenergie, falls das irgendwer nicht gesehen hat. Und ein Geschenk. Yay. Mein Geschenk, mein Geschenk, mein Geschenk. Yes, nein, das Geschenk. Ja, ich habe ein Unesgeschenk, von dem ich nicht weiß, es bringt dich, freu mich so. Juhu. Keine Ahnung. Juhu. Scheiß ich muss irgendwie Nikolaus oder sowas finden, vielleicht rettet hier irgendwo Nikolaus. Aber das wäre cool. So ein vierten Abend kurz vom Endbost. Silberlustlüssel. So Nikolaus. Wenn man gerade davon haben, hast du eigentlich irgendwelche derartige Easter Eggs gefunden, beim Durchspielen? Der Easter Eggs. Also was ein Easter Eggs, was nicht zum Spiel, passen würde, sei jetzt mal irgendwas, ja. Es gibt einen Raum, der ist ein Easter Egg. Der ist allerdings, da sind wir jetzt, glaube ich, schon vorbei dran. Da ist wirklich nichts außer, da liegt ein Totenschädel oder so ein Toter Soldat oder sowas. Liegt da rum. Aber mehr ist das wirklich nicht. Das wirklich nicht, da wäre ich noch ein paar Münzen drin oder so, aber die kann man jetzt mal ignorieren. Da oben ist der goldene Schlüssel, den hole ich mir. Also, wenn man... Das ist jetzt kein direktes Easter Egg, sondern es ist ein Geheimnis. Es gibt eine Anspielung auf das Spiel, auf das alte N64-Spiel Gauntlet Legends. Ah, cool. Das ist die Bonuswelt, die hier im ersten Part ist. Die ist angelehnt an Gauntlet Legends. Sehr cool. Da ist einer drauf, da bin ich schon als erstes Mal gestorben. Hey, wir haben übrigens auch hier unten, äh, in der Karte, ähm, so ein Death Counter. Wenn schnappte die Orange. Oh ja, no, 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 no. Damit kann man Death Counter. Genau. Au, 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 au. So, Riner! Feuer! Kill it with fire! Ich tränke mal einen Drang. Yay! Blub, blub, blub. Ach, wo seid ihr denn? Ach da hinten. Hey, gut, bis ich da bin, ist zumindest wieder zu frei. Bin ich tot, wuhu! I am alive! Mach das schon, ich mach das schon! Was macht ihr denn? Hey, ihr Leben! Ja, ihr Leben, Wahnsinn! Leute, ja, genau. So, jetzt nicht auf die Schalter laufen. So, get trolled. Ja, eingeschlossen, weggerettet. So, schön viel Gold! Ich geh schon mal weiter. Lalalalalalalala Oh, wir sind jetzt ganz allein, her! Auch schön an dem Spiel ist, die Fallen tun auch die Gegnern weh. Dunkelpops! Hey, toz! Das ist super! Warte, wo seid ihr? Erst mich nicht zurück! Wir sind hier rechts! Hier drüben! Kommt Federmäuse, alle sterben! Wo seid ihr? Hallo, wo ist die Toilette? Wie lange noch? ich muss mal 4 und er hat mich nicht mehr Prozent Stoffe ich bin zu hoch ich lebe ich glaube So. Erster. Hey, wir haben drei Sachen gewonnen. Oha! Oha! Drei Sachen! Ja, wir haben Geheimraum. Ah, cool. D-Rail City ja offenbar gerne. Ja. Noch nicht gerade leicht zu finden, muss man sagen. Ich habe mal bei meinem ersten Durchspielen kaum Geheimnisse gefunden. Erst im dritten Axt dann habe ich dann gemerkt, oh, da gibt's ja ein bisschen mehr als nur Sinnloses, in Anführungszeichen, rumgeschnetzeltes. Autsch. Ah, tippt nicht einfach im Gegner drin stehen bleiben, sondern immer wieder ein bisschen zurückschaffeln. Dann treffen die euch nicht. Hey, guck mal, unser Freund ist wieder da. Oh, das ist ein Tackle-Fee. Scheiße. Das ist mir geht. Oha! Oha! Ah, noch so wie mal. Ja, ihr seht, bei dem Vieh immer... Laufen, 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 laufen. Oha! Eine Dressen von den Hälften. Tots. Darf ich mal. Oha! Ich bin wieder gestorben. Der Bogenschütze kann mal draufgehen. Ja, sehr schön. Ja, echt, Mikey, geh mal drauf. ich nix dafür wenn ihr so rumnoobt auf einmal was ist denn da los? wer dobt denn hier rum? ich bin erst einmal gestorben obwohl ich muss ja sagen wir stellen uns eigentlich trotzdem schon mal ja viel schlechter als das letzte mal könnten wir uns auch gar nicht anstellen mal ernst ja das ist wunderbar ja da müsste man bei Jake oder bei Sven in den Kanal gucken so ich erhöhe natürlich Feuerball, Schaden und Reichweite weil ich hab ja einen Splash-Stammes, der wird damit lustigerweise auch erhöht wir können da rein los wir locken alles an ich lock alles an ja, alle leute hallo 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 ok ok hallo hallo, leute guck mal in die Käfer bin ich dir wieder fixiert Freunde ich hab Freunde Schnetzelfix und nun DIE 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 MY FRIENDS DIE yeah ich hab nämlich gefühlt keinen einzigen von denen getötet ist gut ich hab gefühlt 10.000 davon getötet weißt du wie das Spiel funktioniert also du weißt dass man da Gegner bekämpfen muss und so ja 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 durchaus aber die wurden mir alle vor der Nase weggetötet tut mir leid von einem fiesen Bogenschütze wenn ich einmal draufgegangen ist von einem Bogenschütze das kann ja gar nicht sein ich bin hier drüben ich bin wo ganz anders als du das war ich das war der aber ich bin der Bogenschütze ich weiß ach so der Warlock war das ja ja auf jeden Fall ja ich bin jetzt auch ich bin jetzt auch grün ah ich wollte eigentlich auch so grün-rot sein aber das hat irgendwie nicht geklappt ich bin trotzdem blau ja normalerweise bin ich ja Lila wir wissen alle dass du blau bist die Gründe ist für die Geld und Marke viele von den Marken sammeln ist gut Achtung ach ja hey hier könnte mal der du sagst gerade so aus wärst du wieder fast nein Leute da ist ein Muster bei oh das ist letztes Mal auch passiert du vergesst nicht das war als eine heikle Stelle da drüben ha 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 screw the rules okay ich bin da ich bin total verlaufen nein bin da und ich lebe das ist der neue Rekord ich bin da und lebe da ist er eine Errungenschaft habe ich freigeschaltet Hilfe 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 ja ne Paladin ja aber ich hab den Skill noch nicht dass du das äh doch den hast du schon du kannst am Anfang im Winkel von 60 Grad nach vorne kannst du abblocken nein ich bin tot da er war es nicht mehr ach bullet hell ach ach ich hab ihn und ich das ist genau die selbe stellen wir tun genau das gleiche wie letztes Mal wie wird das passieren denn ich habe vielleicht weil wir hierher gekommen sind wir haben einfach nichts gelernt ja wir hätten einer Weg gehen sollen wozu auch ein bisschen ein bisschen haben wir was gelernt und und das auf jeden Fall ich bleib jetzt nicht mehr so oft stehen ich sterbe jetzt nicht mehr so oft an die Warte ich sterbe öfter ach man müssen die Checkpoints immer so weit weg sein ach man müssen die Checkpoints immer so weit weg sein ach man ach man hast du das gehört jawohl dann sind wir jetzt gleich auf dem Kurs oh man alle drei mal ich hält hab nicht ich sollte nicht so oft auf die Karte gucken während ich durch Stachel laufe ach ich nutze meine meine Klasse ebenso wo für sie vorgesehen ist aus der Ferne er meinte es für Nähe im Grundferne das ist das Problem ich bin's gebühlt den Paladin zu spielen du spielst du den Magen super weil mit dem Paladin kann ich in diesem Spiel mittlerweile in unter 10 Minuten durch also es gibt es immer wieder extra was was weiße Paladin werden die hinterher das können wir gerne mal machen oh ne das war mal hinterher noch was wenn wir uns daran erinnern kleiner extra war und ihr vergesst hier wieder alles secrets waren wir endlich fertig dann können wir auch mal Aftermaps spielen ja das kann man ja dann stimmt wenn es sich ein paar ganz gut es gibt sogar einen der hat einen random generierten Dungeon ja 100 Stockwerke nach unten gehen musst und die sind alle zufällig generiert das sitzt du ja dann länger dran als vom Hauptspiel also der Typ der das entwickelt hat der ist nun lange nicht fertig und hat gemeint er hat jetzt irgendwie 20 Stunden alleine in dem Ding also die Dunge das ist nicht einfach nur 2-3 Gänge sondern das ist wirklich das sind wirklich die ganze Stockwerke wie hier auch ja oh nein du hast den Bossgegner angelockt ja 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 ich hab dich von dem doch nicht beeindrucken du wirst die da oben sich prügeln kann ich ja noch das Geld mitnehmen wunderbar ledermäuse ja ich hab da unten ich hab da unten Dings aktiviert gehabt hätte ich vielleicht sagen sollen ah ok das ist ein bisschen näher als jedes mal durch die Stacheln laufen hier drüben war es ach so hier bin ich gut ich dachte du hältst das Vieh auf oder tötest das und du rennst einfach an mir vorbei das ist ein Try and Error Game nein 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 die sind immer zufällig und da hat man folge es gibt gleich mal richtig was dafür kriegen wir ein Leben war auch ein Leben so wie auch gefunden ja auch also das war auch das hat sich gelohnt jetzt haben wir immer mehr Leute wo auch in dem Leben das wird die erst kommt ja auch irgendwo auf jeden Fall oder kommen aber zwei ich weiß es nicht mehr ich kann von der Tour die Komplett an die Tiefen Komplett die es war ein Maßstel geupgradet wenn er sich in Komplett das ist auch schon nicht besucht wird ganz praktisch wenn du noch vor der Aufführung eines allgemeinen er 8 und der Dakelmonster Yay, Tentakel. Und zwar nicht erreichbar. Oh, das ist letztes Mal schon genervt. Ihr dreckigen Maden. Ich bin tot. Ohne Witz, ohne Witz. Du bist ein verdammter Warlock und kein Paladin. Ich weiß. Aber ich habe auch die Nackawand-Attacke als Hauptattacke. Mit deinem Knicklicht. Mit deinem Knicklicht. Mit deinem Knicklicht, ja. Du gehst nachher auf eine Rave-Party, oder? Ja, natürlich. Nein, ich wurde vergesstückt. Ich bin Jake, du triffst nicht. Ja, ich wollte nur gucken, ob ich das wirklich blocken kann. Das sah super aus von dir. Buchtest einen Meter vor der Gegner rum, die bleiben alle stehen und machen nichts. Hier bei mir. Ich stehe hier drüben, willst du vielleicht treffen oder so. Allerdings ist das wieder dieser Trankhändler. Hier können wir das Leben kaufen. Oh, ja, bitte. Ich bitte darum. Geschlossene Kampffront. Ach du Tentaki-Monster, Leute. Bleib nicht stehen. Wir stehen schon wieder im Tentaki-Monster. Oh, oh, oh. Dass wir das Leben gerettet, Mike. Ich bin tot. Ich kann nicht, ich kann nicht, ich kann nicht, ich kann eine Bombe. Mann, war das knapp, Jake. Ja. Wer hat mir gerade den Apfel weggefuttert? Ich brauch den gerade. Wo waren Apfel? Ich hab nichts gesehen. Ich bin gerade mal ohne Atem. Tut mir leid. Mann, ihr lasst Geld hier einfach liegen. Was macht ihr euch auch? Oh, mein armer Daumen. Macht ihr sowas? Ja, Gamepad. Du musst noch ein paar Städtchen spielen, ne? Ja, ich weiß. Das ist das Gute am Wizard. Der muss nicht so hämmern. Der kann einfach bis in den Kreis laufen und bis in den Feuerbettel schießen. Okay, das ist tot. Oh Gott. Ich komme mich nicht weg. Das war jetzt, äh... Ja, aber nur ein bisschen. Ihr wisst, wie denn, dass ihr oben rumlaufen könnt, ne? Egal, ich bin Pro genug dafür. Ah! Ich bin Pro genug dafür, hm? Krache. Kann ich die Pfeile nicht auch blocken? Nee. Zum Glück nicht. Ich meine, schade, leider nicht. Mikey ist immer noch nicht draufgegangen. Geh jetzt nicht drauf, du Drecksack. Mikey, ich sterbe. Kriegst du nicht? Ah! Verhexeln? Ja, das ist alles gleiche. Wir haben ein Branchenbeschlüssel. Mist, ich brauche doch für die Heilung. So! Ach, Mikey, du kämpfst schon wieder alleine. Ja, ich such gerade Äpfel. Oh, ich habe gerade drei gegessen. Ah, ich habe hier welche, aber das ist ein Tartalmonster. Tartalmonster? Wir sind einmal im Kreis gelaufen, ne? Ja. Das war die Aussage. Oh, ja. Yeah. Oh, wir müssen die Falle irgendwo finden zum Deaktivieren da oben, damit wir rüber können. Die Falle haben wir gefunden, wir müssen das zum Deaktivieren finden. Das meine ich doch. Ach, mehr Gold. Yes, da unten ist wieder Angriffsdingens gedöhnt. Wieso schießt du Pfeile auf uns? Ah, Mist, schon wieder Tartalmonster bleibe ich stehen, lauf weg. Äh, da vorne schon? Wir müssen hier übrigens runter, da unten gibt es noch nicht richtig. Aber ich kann die Treppe nicht benutzen, solange nicht alle Schwerer da sind. Ja, ja, ja. Das ist doch logisch. Absolut, genau so funktionieren Treppen. Kennt man ja, wenn man dann zu Hause ist und dann der Bruder nach Hause kommt und sowas, dann muss der immer mitgehen, auch auf Klo und so. Ja, klar. Ich stelle mir das gerade vor, du rennst da so durch so einen Dungeon den ganzen Tag lang, aber du musst immer auf deine Kumpels warten, damit die Treppe runtergehen kannst. Ja, wir müssen uns... Dann fällt so der eine, der andere fängt ihn, fällt der... Ja, bei mir steht Waiting on Screaming Mikey. Mach mal hin! Ja, Mikey, danke. Ja, Mikey ist von allen anderen. Äh, ja! Mikey ist raus! Yay! Jetzt ist lustig, weil... Kannst du wieder Connection? Ich versuch's. Was übrigens super ist, weil das bedeutet, dass Mikey jetzt wieder auf Stand-Charakter-Niveau ist. Woohoo! Das ist ja gut. Da ist die goldene Tür. Ähm, warte. Ah, aber der ist doch wieder... Nicht unbedingt, ich hab 60. Ah, ich glaube, er hat's gespeichert. Ich hab die gleiche Lebensanzeige und ich hab auch 60 Mana. Ich hatte am Anfang 50. Ich bin tot. Da hab ich schon rein gehabt, wahrscheinlich. Ich hab nicht an mein Leben geachtet. Ich dachte, ich hätte mehr... Was nicht gemerkt, dass das jetzt der Boss ist oder so. Ah, schon wieder ein Brain Bug! Doch, ich hab das gemerkt. Ich hab irgendwie nicht gesehen, dass ich mich lebe. Nein, ich werd locken, meine Bombe. Oh nein, ich hab... Oh oh. Ach so, ich war im Chat drin. Ups. Ich hab schon, ich kann mich schon wieder nicht bewegen. So. Und vergesst nicht, der Spawned Monster, ne? Nicht auf mich. Alter, der arme Käfer. Wie der Fleiß seiten angehauen wird. Heißt ja, der arme Käfer, der stinkt. Das stinkt, der Käfer. Och, lass mich doch die Käfer. Dann rüsselt ihr. Ich bin nur das Vieder. Die, die Vieh. Oh, ich bin tot wahrscheinlich. Nein, ich bin nicht tot. Wie hab ich das überlebt? Okay, ich hab alle meine Fähigkeiten noch. Gott sei Dank. Das wird dann wirklich, ja. Kraft-Kampfhändler, den hab ich nichts mehr, ne? Weiß nicht, vielleicht merktest du dich auch. Schaut nicht, ich auch nicht. Die Partie-Mikern, die ganze Zeit, die Klasse, wenn du vielleicht mit einer anderen Klasse oder sowas gejoint hättest, da hast du dann auf die Fresse gekriegt. Oder das, ja. Ah, jetzt haben wir zumindest so lange du nicht aus, du bist alles gut. Nee, der ist so cool zum rausfliegen. Im bar halt. Nee, warte, aber er kann nicht rausfliegen. Doch, wenn man Computer abschnebt, dann fliege ich raus. Ja, okay. Dann, na, okay. Wie auf dem Jahrschutz, der Klasse war. Ich mein, das Ding hat 1.000 Euro gekostet, also. Ich bin schon wieder tot. Ah, Sven, was machst du heute? Du bist schon siebenmal gestorben. Ah, ne, okay, dann falle ich die neunmal. Ah, ja. Ihr könnt übrigens jetzt zum Defense-Händler. Oh, ein Geschenk. Defense-Händler? Geil. Den brauch ich. Nein, zu dem würde ich noch nicht. Oh. Okay, ne, vor allem. Ich dachte, die Falle wäre mal. Magie gewirkt. Wie das letzte Mal auch. Okay. Hm. Ja, hier weiß ich immer noch nicht, was ich nehmen soll. Die, äh, Stun schon. Die Rüstung wird übrigens 1 zu 1 vom Schaden abgezogen. Mal nebenbei. So. Ah. Äh. 20% Chance auf halben Schaden und, äh, Angreifer wird geslowt oder Amor. Ich bin im Amor. Ja, das ist eine gute Idee, finde ich. Willen blöden dicken Käfer da wegkriegen. Oh. Wenn ich jetzt sterbe, ich schwöre dir, ich bring dich auf. Allo. Wegen. Zehn Käfer. Nein, das ist, äh, Tentakel-Fee. Entei. So. Komm, an die Karte. Ich glaube nicht. So, es ist tot. Ich weiß, es ist gerade trotz der Karte nicht, wo ich bin. Versuch's mal irgendwo nach rechts. Wir sind irgendwo auf der rechten Seite. Oh Mann, sind das viele wieder. Ich rede draußen rum und warte auf mein 25 Mana. Ah, okay, jetzt weiß ich wieder, wo ich bin. Ach, da. Okay. Oh, da kommt nicht Mana. Deshalb mag ich den Splash-Angriff von dem Magier. Der kann einfach alles treffen. Bam. Bam. Oh, Tentakel-Fee. Aber das miese Tentakel-Fee. Das geht. Moment. Moment. Ich bin gerade aus TeamSpeak rausgeflogen. Moment. Hey, sehr gut. Gut, ich bin gerade rausgeflogen und der Server geht nicht mehr. Ja, toll. Moment. Sehr gut. So. Äh, was? Ja, dann mache ich mal den Alleinunterhalter. So, im Together kommt das ganz gut. Äh, da die anderen nicht aufnehmen, ist das jetzt auch nicht egal. Äh, die sind so voll die Assis und sowas. Okay. Gut, genug Flamed. Hm. Gut, dann wird das wohl ein Stummel-Let's-Play. Okay. Kein Problem. Ja, wir müssen, äh, übrigens auch alle Jake dafür blamen. Also, geht auf seinen Kanal und blamt ihn dafür. Weil das ist nämlich sein TS. So. Mann. Error. Yay, mehr Error. Error. Na gut, ihr seht ja zumindest noch, dass sie da sind. Also, sie sind nicht tot. Auch wenn man es manchmal glauben könnte. Gut. Jo. Jo. Sehr gut. Ich weiß gar nicht, ob die Maus im Bild ist. Das ist halt. So. Geht wieder. Ah, sehr gut. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. war sollte es doch mal passieren können wir ja auf einer ausweichen oder skype nehmen oder so keine ahnung heute ist ja nicht wir haben wir haben noch ja worum server zum jahr genau ein gleichwerbung ja das stimmt aber ruhig mal aus meiner seite ist und videos gemacht und in meinem herr aus teil eigentlich auch ich wollte meinen zuschauer ja auch die ganzen leute herr die vom spiel um er ist ja geile ich kenne ich habe ich meinen die Fertigungen er kommt lebendig weiß ich auch das praktisch dort und leck das jetzt gerade ein Jahr Leer da hat es sogar das Messer der Platz zu machen jetzt will ein wir sind Combo Händler wieder die Geschock oder kann man sich sogar Heilung vor zwei Koffer an die Komponente wo es dann auch ich auch mehr Geld Ok dann würde ich sagen Ja, ich nehme den Timer dann ist es leichter die Kombo aufzubauen Weil mit dem Magier ist das echt nicht so gut Ich nehme den Timer So Oh shit Das geht deutlich besser Da war ich nicht schnell genug Da ist ein Schlüssel für die Tür da vorne Das ist cool, dann laufe ich da mal hin So, ich war schon da Ihr könnt übrigens auch außenrum, weil sobald der Schalter aktiviert ist, der da drin ist könnt ihr auch außenrum latschen Ok, dann mach ich das mal Weil wir haben mal wieder fast tot Ich bin wundert Ich glaube wir haben irgendwo einen Schalter übersehen Also für den Secret Gang Weil der müsste eigentlich auch schon so sein Boah Lebenspool 2 Ich werde nochmal ganz kurz rumgucken gehen Ich brauche noch ein bisschen Gold Gib mir Gold Ich brauche noch ein bisschen Nee, Quatsch, Quatsch, Quatsch Nee, Kommando zurück Ich habe mich geirrt Ja Ah genau, wir können sie rüber Ja Wir lecken durch die Gegend grad, ey Ja Ich lege nicht, ich teleportiere Oh Gott Weißt doch, blinzeln Achso Oh Das ist was da Angeeeh Boah, nee, die sind immer so stressig Nein, die sterben So Da Du gibst dir nämlich Jetzt die Großen Käfer da Oh nein Erleben Boah, ich glaube wir haben Moment Nee Nee, nee Quatsch Oh, keine Ahnung, zur Not gucke ich nochmal später nochmal Kurz durch Ob wir vielleicht Weil eigentlich müssten wir schon im Secret Level sein, glaube ich Bin mir aber jetzt grad nicht mehr sicher Ich geh da nicht so oft rein Schon? Wisst ihr was, ich geh nochmal gucken So, weißt drauf Ich sage euch dann bescheid, ich meine, ja, okay, mach das, wir hauen hier die Videos kaputt Es kommt auch alleine und ist klar Ja, okay, kriegen wir schon irgendwie hin Ah, Mist, voll reingerannt Äh, de, de, de Bei mir passiert nicht viel, also ihr dürft reden Mein Apfel, oh Ja, ja Höh Äh, so Ah, schon wieder so viele Gegner, wo kommen die her? Wo rennen die überhaupt alle rum schon wieder? Also ich bin hier unten und, äh Ich weiß, wo wir das Ding vergessen haben Wir haben vergessen das Ding, wo wir nicht erreichen konnten, zu töten Und da ist der Schalter Dann werde ich das jetzt gerade machen Ah, stimmt Oh Dann warte auf uns, ich will auch hin Ja, ich töte jetzt das Vieh, so Sehr gut Ja Secret has been revealed Jetzt kommt mal dorthin, wo wir waren Also zurück Ja Ja Erstmal haben wir nur noch die Fledermolle so um Lasst es Ich bin tot, warum bin ich tot? Ich hatte nur noch 10 Leben Ops Ach, deswegen, okay Also zurückgehen Ich bin tot, wo wir waren Ich bin tot Ich krall uns doch schnell den goldenen Schlüssel hier Den brauchen wir, um zum Boss zu kommen Zum hier Dahin zurück, wo wir waren Zum hier Beim Def- Defensehändler Wenn ich aber den richtigen Peco, oder bin ich der komplett falsch? Defensehändler? Ist der nicht da unten? Ah, der Waller kommt mir entgegen Ja, das ist ja komisch Wo wir gerade hinbeschieße Stacheln durch sind Da Ach, hier, hier oben ist der Ach, da Oh, sei hier! Ah, ah Oh, seid ihr? Siehst du mich auf der Karte Ah, ah, da sehe ich auf der Karte Mann Moment, nicht da lang Nicht da, Lars. Warte doch mal auf einen alten Mann hier. Gott. Verdammt. Oh, meine Arthritis. Oh Gott, ich muss erst mal schlafen gehen. Oh mein Gott. Puzzlerätsel, der Verdammt ist los. Wir laufen einfach drüber. Wir haben es geschafft. Genau so geht das Rätsel. Das hier ist die Bonus-Act 1. Das Level nennt sich übrigens The Gauntlet. Das ist die Anspielung der Gauntlet Legends. War auch, glaube ich, war auch, glaube ich, eins der ersten Level, die tatsächlich für das Spiel erstellt worden sind. Ja, und das sind die Schalter. Hui. Eigentlich sind hier nur wirklich tatsächlich das Geldrelevant. Und vielleicht der Trank da oben. Money, money, money. Alter, du hast die Kombu schon aufgerüstet? Oh, was ist das jetzt? Hier, wo es geht? Ja, ja. Oha. Das geht ja richtig viel Geld. Da ist jeder von diesen Schatzkisten, ist glaube ich 50 wert. Warte, boom. Ja. Das ist echt ein cooles Level. Beim letzten Mal war ich ja leider tot. Und das schön an dem Level ist halt, die Gegner, die droppen hier einfach nur übelst viel essen. Also, wenn man kurz vorm Tod ist, geht man einfach mal hier in das Level und dann kriegt man die Energie mehr. Ja. Ja, und das von den Bogenschützen mal abgesehen, die Gegner in einem Schlag sterben. Das ist echt nice. Äh, nee, mein Warlock muss auch zwei. Kann man, das ist auch nicht beruflich. Ja. Jo. Ich hab quasi durchgehend meine Kombo. Ich sterb halt einfach gar nicht. Ich krieg nicht mal Schaden. Paladin und der Ranger sind hier halt übel wie noch was. Durch ihr Piercing und dem ganzen Scheiß. Yep. Wollen wir mit Kombo-Tage? Oh, los. Oh, sehr gut. Spratzel. Da sind wir hergekommen. Da war noch die Falte hier. Was macht die Sekunde, was macht die Falte da vorne? So, Leben. Yeah. Keine Ahnung. Das ist einfach drüber gelaufen. Schade doch nicht. Genau so soll die Sequenz sein. So, ich geh schon mal vor. Oh, Alter, Mann, hier. Oh. Mann. Es ist mir Ruhe. Perversen. Ich hab mir jetzt die beiden Schildschildsgültig gekauft. Hilfe, Hilfe, vergewaltig. Was? Ich hab da Kisten, wie wir sehen, hier Flaschen. Oh nein, die konnten wir nur... So, was tue ich mir denn mal? Kombo-Healing 2, Kombo-No. Vergess nicht übrigens, dass ihr hier oben rumlaufen könnt, ne? Selbstheilung ist, glaub ich, äh... Mach das. Ich will das aber auch einmal unten. Ah, ich will zu dem da... Leben. Macht echt Spaß, wenn du mich gerade verwächst. Ja, ich bin zwar immer noch der, der am wenigsten Leben der Gier hat, aber ich... Sterne, die wir schon nicht mehr leist. Wow, da, ja, da, ja, da. So, den aktivieren wir noch. Oh, das hat so viel... 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 Wir müssen... Bomberman, ich liebe es. Das soll... Das soll man auch mal als, äh... Das wär cool. Ne Runde 4 zu 4 Bomberman. Ja, oh ja, ich finde, wir fehlen so... So, auch Bomberman. Ja, ich glaube auch. Schlange nicht mehr gespielt. Ja. Gott. Bomberman, so... Ich hab mich mal... Bei... Bei... Bei dem alten Bomberman für den Super Nintendo hab ich mich immer umgebracht, damit ich als Geist im Battle sein konnte. Das war totaler Schwachsinn. Ferturten. Rösschen und... Ihr bewegt euch bei mir grad nicht erst raus. Und es war auch... Disconnected. Disconnected. Ne gut, dann... Gehen wir auf fliehen. So... Je... Gut, das ist ein Horst mit, dass es... Can ich rausfliegen? Boah! Boah! Das wäre blöd, wenn ich... Da wäre... ...kommst schon. Ja, ausgesprochen sogar, ob... Ob... Das ist ja... ...geleicht, ich glaube, dass wir jetzt mal ein Schneider-Sitzeln. um ein Tastator auf den Schoß das Blöde ist glaube ich bin mitten in der Tentakel Aria stehen geblieben das heißt mein Tastator ist jetzt unerausweichlich oh nein, 75 Leben geschafft das ne, darum ist alles breit gekleert also ah, hab ich schon wieder verloren oder? ne und muss er lang ich hätte echt mehr so also ich bin eigentlich wieder drin aber irgendwie doch nicht das ist ganz komisch grad das tust du, Mann warlock ok, nochmal zurück und nochmal und ok, komm, mein alten Mann oh mein Gott er will mich mit seinem Knicklicht berühren alter, Hilfe Hilfe ok klickt das Knicklicht nicht einfach das bin auch nicht mal alter, Alter, Mann, mit einem Stab und vielen Feuerbällen ja ja Balls of Fire eh, Fireballs das heißt definitiv Feuerbälle tu, Fireballs ich will auch so sagen können hier mussten wir hin, haha wussten wir Mann, äh, Mann, ich will mit schnell sein äh, keine Ahnung Tom, was ist eigentlich ein Problem gerade? wenn ich das wüsste hm na, warte mal, warte, stopp, 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 wird das nicht für sein Charakter irgendwas bedeuten? gut bis wird die Kumpel start Alzھیbälle ja, das war besser sehr gut wir ええ werd ich jetzt mal komm schon teen hast du den Magi geupdatet? Ich werde in der Zeit... Oh, der Magi ist zu bei mir! Warum ist das zu? Ja, siehst du? Kein Wunder, dass ich nicht mehr draufkomme grad. Oh shit. Hoffentlich hat er dann nicht komplett die Einstellung gekickt. Das war scheiße! Warte mal, du bist noch im Netzwerk. Also ich werde mal an der Stelle hier kurz cutten. Dann... Mal gucken. Bis gleich. Also ich stehe immer noch vor diesem Tor um. Ich hab mich nicht bewegt. Ich hab mir gesagt, mein Knitlichter zwingerahnt. So, gut, damit willkommen zurück. Äh... Tut mir meine die technische Schwierigkeiten... Technik, der schliegt, der ich nicht gut. Muss nicht zum Offenshändler... Technikfragen, Technikfragen. Gott. Ich werde uns noch dämlicher als alles, was vorher hatten. Ganz ehrlich. Ja. Ich brenne mal den. Außer du, Nick, dann ist es cool. Ja, oder du wirst gemobbt dafür. Je nachdem. Ich bin ein Spieler. Ich bin ein Spieler. Ich bin ein Spieler. Aber mach dich mal keine Sorgen, spätestens beim Queen Barker sterbe ich dann. Dann hab ich auch genug tun, ja. Elend nixgönner. Endlich, Mikeys erster Tod, ja. Wir werden einfach nichts gegen die Queen machen, bis er draufgehen. Wir werden einfach die Monster alle in seine Richtung locken. Super. Queen! Stopp! Wir sind auf deiner Seite! Töte ihn! Er muss mindestens fünfmal sterben mit dieser Runde. Er ist das heilige Opfer für die Queen. Oh, praise the Queen! Ich bin rein! Glück! Du bist einfach nur ein Scheiß-Cheater, ganz einfach! Gar nicht! Let's kill some bitches! Immer das gleiche! Oh yeah! Ja. Bitte die theatralische Musik. Da könnt ihr euch noch tränken. Ah, ich hab noch einen tränken, yay! I ain't got no money! Hoppala! Das kriegt auf! Hey! Try the button next to the Queen! They could prove useful! No! Ja, vergesst nicht, dass man eben diese Pfeiler nach oben fahren kann. Ja. Oder euch einfach in die Ecke stellen. Stirb, Queen! Die noch nicht offen ist. Stirb! You shall not to belong in this world! Oh, toll! 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 Oh, oh! Oh, oh! Wo? Ah! 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 Das weißt du! Und zwar, wenn sie bei einem Viertel ihrer Lebensenergie ist! Wenn du an deinen linken Bildschirmenrand siehst, dann siehst du, dass das sogar eingeteilt ist! Oh, oh! Stimmt! Da war ja was! Ah! Hütte mich nicht, du fette Sau! Du Potzau! Äh! Ah, das ist schon ein ganz schön hässliches Viech, diese Queen! Das sagt doch sowas nicht! Das ist die Königin! Das ist aber eine hässliche Königin! Ah, die Seitendinge sind offen! Geil! Oh, nee! Mist! Er ist tot! Woah! Ja! Pony! Mach ein Foto! Ihr elenden Sadisten, ey! Ohne Witz! Mach ein Foto! Mach ein Foto! Hehehehe! So, jetzt können wir die Queen töten! Moment! Können wir? Theoretisch! Ach stimmt, er ist ja gestorben! Oh! Wir könnten! Wir können sie aber auch lassen! Oh ja! Yeah! So ecklich! So ecklich! So, das war übrigens der einfachste von den vier Bossen! Gott save the Queen! Gott save the Queen! And Murica! Wobei, ich fand den Lich eigentlich auch noch recht einfach! Ich finde den höllig! Ich bin gut klammiggekommen mit dem alleine! Ne, das ist mein persönlicher Hass-Boss! Tatsächlich gleich nach Debier! Wir sind in die offenen Meisterschaft! Willkommen in der Armory! Jetzt mal mal kurz Pause für die anderen, damit sie auch wieder aufnehmen können! Ja, genau! Dann würde ich sagen, mein Name ist Kurt Holk! Seiner Spancho! Seiner Screaming Mikey! Seiner Jake Reiko! Wir hatten's! Ich hab die ersten drei Worte von der Begrüßung nicht drauf, weil mein Fraps gespackt hat, aber naja! Nein, das war die Verabschiedung! Achso! Also... Gut! Bis dahin und ciao, ciao! Ciao!